Musik Hey, ich bin Lisa und ich bin Hannah und wir sind die Gründerin des Baby- und Kindermoder-Labels Hey You. Musik Unser Label steht für handgemachte, bequeme und nachhaltige Kleidung. Musik Kennengelernt haben Lisa und ich uns auf dem Kinderspielplatz. Unsere Jungs haben zusammen in einer Pfütze gespielt und wir sind total schnell ins Gespräch gekommen und waren uns auf Anhieb sympathisch. Wir haben uns schnell über Privates und Berufliches ausgetauscht und von Anfang an war es uns beiden wichtig, einen Job zu haben, an dem wir Spaß haben und der uns jeden Tag Freude bereitet. Und dann ist schnell der Traum entstanden, sich selbstständig zu machen. Wir wollten einfach mutig sein und unsere Kreativität, das Handwerk in innovativen Produkten zusammenbringen und ja, dabei ist nun Hey You entstanden. Musik 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 Wir verwenden für unsere Lieblingsstöcke ausschließlich zertifizierte Stoffe, neben Ökotex, auch das Gottsiegel und IVN Best. Das ist der höchste Qualitätsstandard, den man haben kann bei den Stoffen. Außerdem wollen wir in Zukunft unsere Fasern noch mehr ausrichten. Musik Auf Bambus, Hanf und Tänze und zudem noch recycelte Stoffe mit in unser Sortiment aufnehmen. Und die Nachhaltigkeit, die ist für uns natürlich nicht nur bei der Stoffauswahl wichtig, sondern auch beim Versand. Also wir haben einen CO2-neutralen Versand und zusätzlich verwenden wir ausschließlich Graspapierkartons, genauso wie unser Paketklebeband, das auch in der Papiertonne entsorgt werden kann. Musik Musik Hier sind wir jetzt im Küstenkinderladen, direkt vom Nähatelier hierher, wo unsere Sachen ausgestellt und verkauft werden. Musik Wir haben ja grundsätzlich nur einen Online-Shop und deshalb ist es für uns so besonders jetzt auch die Möglichkeit, den Kunden zu geben, direkt in ein Ladengeschäft zu kommen, alles anzufassen, unsere Qualität direkt zu spüren und die Farben in echt zu sehen. Musik Weil es für uns auch immer wichtig ist, dass wir gleich Sets anbieten können, damit Eltern das möglichst einfach haben und sagen, oh, wir brauchen jetzt noch die passende Strumpfhose, Leggings, wie auch immer. Und da achten wir dann auch immer drauf, dass wir farblich immer im Thema bleiben, während wir eine neue Kollektion entwickeln. Und deswegen gibt es immer die passenden Höschen dazu. Musik 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 Musik